Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alien Isolation Part 9. Und ich war im letzten Part so schlau und hab was übersehen. Und zwar das Zubehör bei dem Terminal, genau, wo man diese Nachrichten lesen kann. Mein Bruder hat mir gesagt, dass ich das hier vergessen hab und da kann ich nämlich die Türmechanismus überbrücken. Und das machen wir jetzt genau. Das machen wir jetzt direkt. Das machen wir jetzt sofort. Viel Spaß. Ja! Schnell speichern! Schnell! Okay, weil ich hab ja im letzten Part nicht gespeichert. Das hab ich im letzten Part... Äh, das konnte ich ja nicht, weil ich nicht weitergekommen bin. Hahaha. Aber jetzt hab ich ja gespeichert. Oh mein Gott. Okay, momentan sieht's noch gut aus. Ich mach mal die Türe auf. Bam! Äh, ja. Ja. Oh! Was? What the fuck? Da war was auf dem Radar. Jetzt hab ich irgendwie Angst. Ähm, okay. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass es die Androide sind. Heilige Scheiße. Ah, okay. Also die Markierung zeigt mir mein Ziel an. Da ist nur leider gerade... Ach, doch, da ist eine. Ja, tatsächlich. Oh, okay, okay. Okay, aber jetzt gucken wir uns erst mal kurz hier um. Was wir hier so haben. Ist hier irgendwas? Da ist gar nichts. Aber ich find auch die Details in Alien Isolation sind schon wieder unglaublich. Also, Hut ab, meine Freunde. Hebel benutzen. Halten. Oh, shit. What the fuck? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. What? Da war was. Schnell versteck dich. Oder? Oh, mein Gott. Was ist das? What the fuck? Was zum Hangar ist das? Okay. Anspannung pur, meine Freunde. Anspannung pur. Ah. Ah, okay. Dann machen wir das mal. Äh, ach du Scheiße. Oh, okay. Zack. Zack. Oh, shit. Oh, beim ersten Mal. Nice. Bin ich hier richtig? Okay, ich hoff mal. Taschenlampenbatterie. Nice. Und da fetzt... Die liegt immer voll auf die Fresse, wenn ich mich in Deckung gehe. Also, wenn ich in Deckung gehe. Aber ich denke mal, das liegt einfach daran, dass hier ein Tisch ist und dass die sich der Kopf da nicht anschlagen will. Aber okay. Ah, okay. Sieht sehr interessant aus. Das kann ich alles wunderschön lese. Äh. Soll ich jetzt nochmal zurück? Ich hab keinen Plan und so ich da jetzt rein. Bin ich richtig? Scheiß drauf. Scheiß drauf. Mach die Taschenlampe an. Aufwag, ich hab keine Batterie mehr. Oh mein Gott. Lassen Sie mich durch. Was? Ich bin's, Hughes. Erkennen Sie mich nicht? What the fuck? Wer hat das gesagt? Lassen Sie mir zu. Wir müssen die Langstreckenkommunikation wieder herstellen. Sie werden hysterisch. Kommen Sie zurück. Ich warne Sie. Na, na. Suchen wir nach einer feindschaftlichen Lösung. Alter. Alter. Oh mein Gott. Oh nee. Oh nein. Oh nein. Das heißt, diese Androiden sind jetzt auch böse. Oder wie sehe ich das? Ich meine, was macht Simon da? Der schlägt einfach menschtot. Ich glaube, ich muss mit dem mal reden, ey. Das geht so nicht weiter. Ohne Witz. So geht das nicht. So geht das nicht. Ich schlage ihm ins Gesicht. Das hat sich gereimt. Okay, ganz ruhig. Verschaffen Sie sich Zugang zum Aufzug, ohne entdeckt zu werden. Oh shit. Okay, also ich denke mal, diese Kamera, da darf ich nicht rein. Das heißt, ich muss da aber hin. Jetzt gehen wir erst mal ganz kurz zu dem Mensch. Simon. Hat er eine Waffe verloren? Die liegt da doch irgendwo. Scheiße. Wo? Okay, schnell. Schnell ans Terminal. Schnell, schnell, schnell. Okay. Lässt euch das einfach durch. Viel Spaß. Genauso das hier. Viel Spaß. Was ist das hier? Ordner fehlerhaft. Zubehör. Gibt's keins. Okay. Ich denke mal, ich muss... Ach, ich muss da sogar hin. What the fuck? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, oh. Okay, da ist der Simon. Hey, Simon, bist du noch nett zu mir? Simon baut's keinen Scheiß, okay? Alles gut. Ich bin dein Freund. Schnell. Schnell. Ah. Wo ist der? Wo ist der? Jetzt mal im Ernst... Ach, der steht da noch. Okay, schnell. Okay, schnell. 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 Geh auf. Oh, fuck. Hoffentlich kommt der jetzt nicht. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Schnell. Schnell. Oh. Okay, das war heftig. Oh. Zentraler Kommunikationshub. Zugang nur für Sixen-Personal. Wow. Sie befeuern vertragen nicht drei Passagiere im Regen-Tutani. Sie haben die Führungsschreiber-Einheit, der noch durchgehend gebildet, noch umgehender Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu passen. Over. Wo ist der? Fokussieren. Wow. Okay, ganz ruhig, Daniel. Alles wird gut. Ich habe Angst. Lass mich leben, bitte. Schlag mich nicht tot. Ach, der ist noch weit weg. Okay. Geh wieder raus. Alles gut. Was haben wir hier? Ach, Inventar voll. Okay. Wow. Ich habe irgendwie Schiss, dass der ausflippt, aber ich bin mir nicht sicher, ob die jetzt wirklich feindlich sind. Soll ich einfach mal hinlaufe? Keine Ahnung. Egal. Lauf mal einfach mal ganz gemütlich rum, als wäre es unser Zuhause. Etwas verkehrt? Was? Wo bist du überhaupt? Was war es? Herr König. Sie ist allein noch immer. Wer ist da? Sie sollten nicht hier sein. Ähm. Ja! Fuck! Fuck, 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 fuck! Okay, okay, das ist nicht gut. Oh, scheiße! Scheiße, ich bin gefangen! Hilfe! Okay, 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 renn! Ah! Oh, fuck! Ah, du Wichser, Alter! Simon! Was ist hier nicht gefahren, Mann? Scheiße, ey! Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Okay, schnell. Oh, scheiße! Hey, wir können Freunde sein, okay? Oh, scheiße! Oh, oh! Oh, nein! Oh! Ah! Lass mich los! Ah! Scheiße, Alter! Komm her! Dann kriegst du einen da aufs Maul! Oh, oh! Oh, oh! Oh! Okay, okay, ich nehm alles zurück, oh fuck! Ah, ich bin gleich tot! Ich muss da lang! Okay, scheiße, scheiße, scheiß drauf! Knall, halt dich! Okay, gut! Oh, fuck! Wo muss ich hin? Scheiße, ich muss zurück! Wo bin ich hier? Fuck! Oh, fuck! Okay, 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 okay! Das ist meine Chance, ganz ruhig! Okay, ich muss da hintere! Los, 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 los! Alter, Mann, das ist ja heftig, ey! Die sind voll gruselig, die Typen, ey! Hallo, ich bin gleich mal! Wenn sich niemanden nutzen kann, wir brauchen uns hierhin! Ich wiederhole, wir brauchen uns hierhin! Okay! Hier bin ich richtig! Hoffen wir es einfach mal, schnell! Oh! Externe Kommunikation auf Anordnung von Apollo deaktiviert! Anlage offline! Alle ausgehenden Nachrichten gestoppt! Oh! Na super! Interne Kommunikation auf begrenzten Kanälen möglich! Es muss noch jemand in der Station sein, den ich kontaktieren kann! was da ist! Wir brauchen uns hierhin zu Hause! Wir brauchen uns hierhin! Wir brauchen uns hierhin, wo wir das messen können! Wir brauchen uns hierhin! Hier hat's die Produkte an! Das ist alles ein bisschen Kacka. Ah, okay nochmal, komm schon. Ganz ruhig, ganz ruhig. So, einmal Zwetschke, zweimal Zwetschke. Achso, okay, ähm... Wo ist denn das? Hier? Äh, scheiße, 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 scheiße. Oh! Yes! Okay, perfekt. Diese Valaine hier, Captain de Torrance, wir befördern... achso. Diane Valaine hier, Captain de Torrance. Wir befördern vertraglich drei Passagiere für Weyland-Yutani. Sie haben die Flugschreiber-Einheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Fehler, scheiße. Oh, okay, ein paar Audios. Was zur Hölle war das? Sevastopol. Hat irgendjemand von Ihrem Team es an Bord geschafft? Bitte antworten Sie. Wir sind durch die Explosion beschädigt worden und entfernen uns jetzt aus dem Sevastopol-Raum. Das System wird während unserer Reparaturarbeiten ausgeschaltet bleiben. Ich weiß nicht, wie lang. Hier spricht Wade, Colonial Marshal auf der Sevastopol-Station. Wir haben hier ein ernstes Problem. Externe Kommunikationswege sind gestört und wir bitten Sie, ein Notsignal für uns zu senden. Können Sie mich hören? Ich wiederhole. Kommunikation mit der Außenwelt ist nicht möglich und wir benötigen Hilfe. Bitte Abstand halten und Hilfe senden. Oh, okay. Ja, das ging wohl irgendwie schief. Das war's. Ich hab keinen Bock, dass jetzt so ein Typ hinter mir steht. Oh. Okay. Okay. Das ging ja nochmal gut. Oh. Jetzt muss ich zurück. Aber wo zurück? Nach unten? Sieht wohl so aus. Aber das sind die bösen Leute. Oh ne, jetzt muss ich da lang, Alter. Scheiße. Scheiße. Ach, hier kann ich doch speichern. Schnell. Oh, okay. Okay. So, jetzt laufen wir da mal ganz vorsichtig durch. Oh, scheiße. Oh, fuck. Da unten ist einer. Oh, fuck. Ich muss den irgendwie ausschalten. Scheiße. 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 Oder ich lauf einfach an die... Oh, steht, der kommt. Oder? Okay, der steht da. Komm schon, Daniel. Du kannst es schaffen. Wow. Geiler Ausblick. Wo ist der? Wo ist der? Hat er mich gesehen? Hat er mich... Fuck. 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 Geh da rein. Los. Heilige Scheiße, Alter. Oh. Oh, was ist das? Bindemittel. Okay. Wo ist der? Oh. Oh. Oh, scheiße. Das war richtig knapp. Oh, ho, ho, ho. Oh, scheiße. Okay, gut. Einfach geradeaus. Aber das sind auch diese scheiß Roboter. Diese Androiden. Okay, ganz ruhig. Ich muss geradeaus. Ich muss geradeaus. Und ich darf nicht entdeckt werden. Bis jetzt läuft alles gut. Okay, ich glaube, ich kann aufstehen. Oh, oh. Da ist auch einer drin. Fuck. Ah, ich muss da lang. Bin ich hier richtig? Ich hoff's mal. Waaah. What the fuck? Ah, Alter. Das war gerade eine heftige Scheiße. Das war gerade eine heftige Scheiße. Waaah. 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 Fuuuuck. Ich will speichern. Scheiße. Aber... Ja, ich muss speichern. Okay, Leute. Oh. Ich schwitz hier wie ein Schwein. Ich will doch einfach nur speichern. Sind da auch Roboter? Ich hoffe es mal nicht. Da hat es gerade gepiepst. Kann ich irgendwo... Ah, was ist das? Okay. Das kann ich jetzt wahrscheinlich nur geil machen. Hier piepst es irgendwo. Ich kann hier irgendwo speichern. Ich kann hier irgendwo speichern. Aber wo? Aber wo? Ah, hier. Oh, okay. Puh. Ausgezeichnet, Leute. Dann beende ich den Part auch hier. Genau. Noch schnell speichern lassen. Wo bin ich hier? Ach, cool. Ein Plan. Dann heben wir im nächsten Part auf und dann sage ich mal ciao und bis zu Part 10. Ciao. War. Alright. Ciao. iz